Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute wieder zu einer Regelerklärung und zwar zu Draftosaurus. Ein schönes kleines Familienspiel ab 8 Jahre, circa 15 Minuten und für 2 bis 5 Dinosaurierfans. Wie immer gibt es hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Aufbau und Spielablauf. Kurz vorweg, ich erkläre euch hier die 3 bis 5 Spieler Variante. Die Regeln zu der 2 Spieler Variante findet ihr auf der Rückseite. Sie ist eigentlich fast genau gleich, nur mit ein paar kleinen Änderungen. Auch noch wichtig, hier erkläre ich euch ausschließlich die Sommerseite. Die Winterseite bietet noch mehr Herausforderungen und verlangt noch mehr taktisches Geschick. Also spielt erstmal die Sommerseite und wenn ihr da geübt seid, dann schaut auf Seite 7 und lest euch diesen Abschnitt durch, dann seid ihr für die Winterseite gewappnet. Auch noch interessant, es gibt eine kleine neue Mini-Erweiterung, jeweils für die Winter- bzw. die Sommerseite. Die werde ich euch noch kurz am Videoende erklären. Verlieren wir keine Zeit und legen wir auch gleich los. Ziel des Spiels. Jeder von uns hat einen Zoo vor sich liegen und bestückt ihn mit Dinosaurier. Wer das am besten und am taktischsten macht, bekommt die meisten Siegpunkte und hat damit gewonnen. Kommen wir jetzt zum Spielaufbau. Jeder von uns bekommt einen Zoo, platziert ihn auf die Sommerseite und wir legen den Würfel bereit. Zusätzlich packen wir noch die Dinosaurier in den Beutel. In der ersten Version gab es noch einen kleinen Beutel, aber jetzt in der neuen Version bzw. beim Verlag gibt es den großen Beutel. Er ist fast doppelt so groß und bietet auf jeden Fall mehr Platz, auch für große Hände. Das war schon der Spielaufbau für fünf Spieler. Wenn ihr nur zu viert seid, entfernt ihr von jeder Spezies zwei Dinosaurier, so dass ihr nicht mehr 60 Dinosaurier habt, sondern 48. Wenn ihr zu dritt seid, entfernt ihr pro Spezies vier Dinosaurier. Dann sind nur noch 36 im Beutel. So, der jüngste Spieler bekommt den Würfel und ist damit Startspieler. Der Spielablauf. Eine Partie besteht aus zwei Spielphasen. Jede Spielphase besteht aus sechs Runden. Zu Beginn jeder Phase zieht jeder Spieler sechs Dinosaurier aus dem Beutel und nimmt sie sich auf die Hand, ohne sie den anderen zu zeigen. Wichtig, alle Dinosaurier haben unterschiedliche Merkmale, die man selbstverständlich ertasten kann. Also, geschicktes Ertasten dauert zwar länger, aber man weiß, was man zieht. Oder, so wie wir es immer spielen, wir greifen rein und machen es schnell. Dadurch ist weniger Taktik mehr Glück. Also, ich habe jetzt sechs Stück. Die halte ich vor meinen Mitspielern geheim. Jeder andere zieht auch sechs Stück. Jeder der drei Spieler hat jetzt sechs Dinosaurier in seiner Hand. Der jüngste Spieler mit dem Regelwürfel beginnt und würfelt. Danach wählen alle Spieler gleichzeitig einen Dinosaurier aus ihrer Hand aus. Nachdem alle einen ausgewählt haben, platziert jeder seinen Dinosaurier für alle sichtbar auf seine Zugplatte. Bis auf der Spieler, der gewürfelt hat, in diesem Fall ich, müssen alle Spieler, also die beiden, die Regeln auf dem Würfel befolgen. Weil es ist der Regelwürfel. Zu den Regeln kommen wir gleich. Ich, der gewürfelt habe, darf meinen Dinosaurier egal wohin stellen. Ich muss mich nicht an den Regelwürfel halten. Der eine hat hier platziert, der andere hat den hier platziert. Ganz wichtig, wenn aufgrund des Regelwürfels ein Spieler ein Dinosaurier nicht in ein Gehege platzieren kann oder will, kann er ihn jederzeit auf den Fluss platzieren. Hier unten. Der Fluss zählt nicht als Gehege. Dazu später aber mehr. Also, wenn man ihn nicht platzieren kann oder will, darf man ihn in den Fluss packen. Jetzt hat ja jeder nur noch fünf Dinosaurier auf der Hand und reicht seine fünf Dinosaurier verdeckt an ihn. Er gibt seine fünf an ihn und bekomme von diesem Spieler die fünf. Verdeckt und muss sie auch verdeckt halten. Und ich gebe den Würfel an den nächsten Spieler weiter. Linksrum. So, das Ganze machen wir jetzt insgesamt sechsmal, so dass anschließend jeder sechs Dinosaurier in seinem Gehege hat. So, jeder hat jetzt sechs Dinosaurier in seinem Zoo. Selbstverständlich wird nach jedem Sätzen der Regelwürfel weitergegeben. So, jetzt beginnt Phase 2. Sie läuft genauso ab wie Phase 1. Und zwar jeder von uns dreien greift wieder in den Beutel und holt sich sechs Dinosaurier raus. Wie immer versteckt. Dieser, dieser und dieser Spieler. Dann würfelt der erste Spieler wieder, darf platzieren, wo er will. Die anderen beiden Spieler müssen die Regel vom Regelwürfel benutzen. Das läuft dann auch wieder sechsmal, so dass wir insgesamt zwölf Dinosaurier jeder in unserem Zoo haben. So, jetzt endet das Spiel. Bevor wir aber zum Regelwürfel und zum Spielende kommen, erkläre ich euch die einzelnen Gehege. Gehege Nummer 1. In diesem Gehege dürfen nur die gleichen Dinosaurier platziert werden. Und zwar von links nach rechts. Hier ist auch das Gleichheitszeichen. Gehege Nummer 2 ist das hier. Hier müssen unterschiedliche Saurier platziert werden. Auch hier von links nach rechts. Siegpunkte hier sieht man unten. Siegpunkte hier sieht man auch unten. Kommen wir zum nächsten Gehege. Und zwar das hier. Hier dürfen alle Dinosaurier Spezies platziert werden. Am Ende der Partie gewährt dieses Gehege fünf Siegpunkte für jedes Dinosaurierpaar der gleichen Spezies. Also ein Paar gleich fünf Siegpunkte. Es ist aber auch möglich, mehrere gleiche Paare hierin zu platzieren. Oder ein Paar hiervon, ein Paar davon, ein Paar davon. Pro Paar fünf Siegpunkte. Dann kommen wir hierhin. In diesem Gehege dürfen bis zu drei Saurier, Unabhängigkeit von ihrer Spezies, platziert werden. Am Ende der Partie gewährt dieses Gehege sieben Siegpunkte, wenn sich drei Dinosaurier hier drin befinden. Die Spezies ist egal. Kommen wir jetzt zu diesem Gehege. In diesem Gehege darf nur ein einziger Dinosaurier platziert werden. Am Ende der Partie gewährt dieses Gehege sieben Siegpunkte, wenn ihr in eurem gesamten Zoo mindestens genauso viele Dinosaurier dieser Spezies habt, wie jeder andere Mitspieler. Kommen wir mal hier zum Vergleich. Er hat hier den T-Rex stehen und er besitzt insgesamt drei T-Rex. Also hat er mehr T-Rex als er und genauso viel T-Rex wie er. Also bekommt er hier sieben Siegpunkte. Hätte er vier T-Rex, hätte er keine sieben Siegpunkte bekommen. Also wenn hier ein Dinosaurier platziert, müsst ihr sehr viele von dieser Spezies in eurem Zoo haben. Und zwar mindestens genauso viel wie andere. Und hier unten gibt es dann das letzte Gehege. In diesem Gehege darf auch nur ein Dinosaurier platziert werden. Man sieht nur ein Dinosaurier, nur ein Dinosaurier. Am Ende der Partie gewährt dieses Gehege auch sieben Siegpunkte, wenn dieser Dinosaurier der einzige seiner Spezies in eurem Zoo ist. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich ihn schon habe. Also bekomme ich hier keine Siegpunkte. Der Spieler hat nur einen einzigen T-Rex. Und zwar hier. Also gibt es nirgends woanders ein. Also bekommt er sieben Siegpunkte. So, kommen wir jetzt zu dem Fluss. Der Fluss ist ein spezielles Gebiet und zählt nicht als Gehege. Am Ende der Partie gewährt jeder Dinosaurier, der hier platziert wurde, ein Siegpunkt. Also hier wäre das ein Siegpunkt, da wäre das auch ein Siegpunkt. Und zu guter Letzt kommen wir hier oben zum T-Rex. Der T-Rex ist ein ganz spezieller Dinosaurier. Am Ende der Partie gewährt jedes Gehege, was mindestens einen T-Rex hat, einen zusätzlichen Siegpunkt. Wichtig, ein Gehege mit mehreren T-Rex, so wie die hier, gewähren nicht zwei Extrasiegpunkte. Also hier ein Extrasiegpunkt, sprich nicht sieben, sondern acht. Aber zu den Siegpunkten kommen wir gleich. Kommen wir jetzt erstmal zum Regelwürfel. Zu Beginn jeder Runde wirft ein Spieler den Regelwürfel. Derjenige, der gewürfelt hat, muss sich nicht dran halten. Alle anderen Spieler müssen sich an die Regel halten. Jede Würfelseite zeigt eine andere Regel. Wald. Die Saurier müssen im Waldgebiet platziert werden. Und zwar hier, hier oder da. Das Waldgebiet. Kommen wir jetzt zur Ebene. Die Dinosaurier müssen in die Ebene platziert werden. Das ist hier, hier und hier. Also die Hälfte. Kommen wir jetzt zur Toilette. Hier abgebildet. Ihr müsst euren Dinosaurier auf die rechte Seite platzieren. Also hier, hier oder da. Beim Kaffee. Ihr müsst auf die linke Seite platzieren. Hier, hier oder hier. Hier erkennt ihr das Kaffeezeichen. Dann hier, leeres Gehege. Die Dinosaurier müssen in ein leeres Gehege platziert werden. Wichtig, wenn ihr das nicht könnt, muss der Dino auf den Fluss. Und zu guter Letzt, Achtung T-Rex. Die Dinosaurier müssen in ein Gehege platziert werden, in dem noch kein T-Rex platziert wurde. Also habt ihr noch keinen T-Rex in eurem Zoo. Dürft ihr euren Dinosaurier egal wo platzieren. Und auch hier, wollt ihr oder könnt ihr nicht platzieren, dürft ihr in den Fluss stellen. Kommen wir jetzt zum Ende der Partie. Jetzt zählt jeder seine Siegpunkte. Vier Siegpunkte. Sieben Siegpunkte. Hier nur fünf, denn er hat keinen Partner. Hier gibt es keine Siegpunkte. Hier gibt es sechs Siegpunkte. Und hier gibt es sieben Siegpunkte. 29 Siegpunkte. Plus je Gehege mit einem T-Rex ein Bonuspunkt. Also hier plus eins macht 30 Siegpunkte. Jetzt wird gezählt, was haben die anderen. Und dann steht der Gewinner fest. So, das waren die Regeln zu Draftosaurus. Ich hoffe, die Regeln haben euch gefallen. Jetzt kommen wir noch kurz zur neuen Erweiterung. So, hier die kleine neue Erweiterung. Einmal für die Sommerseite und einmal für die Winterseite. Der Spielaufbau. Wir platzieren die Karte einfach hier. Das macht jeder Spieler bei sich selbstverständlich. Kommen wir jetzt zu den neuen Regeln für dieses Gehege. Es können unendlich viele Dinosaurier hingestellt werden. Ihr erkennt es hier am Unendlichkeitszeichen. Jeder Dinosaurier muss wie auf diesem kleinen Bild auf den anderen gesetzt werden. Nur der erste Dinosaurier berührt den Boden. Er berührt den Boden. Der zweite Dinosaurier könnte zum Beispiel so platziert werden. Auf diese Weise bauen wir einen Dino-Turm. Der je höher, desto wackeliger wird. Wenn der Dinosaurier-Turm umstürzt, müssen die heruntergefallenen Dinosaurier in den Fluss gelegt werden. Oha! Am Ende des Spiels gibt es für jeden Saurier des Turms drei Siegpunkte. Ganz wichtig ist es verboten, die Dinosaurier auf der Seite zu stapeln. Und wenn ihr mit der Winterseite spielt, platziert ihr das neue Gehege hier und lest euch einfach die Anleitung durch. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende von Draftosaurus. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Schaut oben auch gerne in die Infobox. Da findet ihr noch mehr Regelerklärungen, die euch hoffentlich helfen. Wie immer, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Brettspielguru.